Ich bin Joachim Dux, ich leite die Abteilung Projekte und die zukünftige Abteilung Rückbau im KKM. Wir bereiten derzeit die Maßnahmen nach Abschaltung der Anlage ab 2020 vor, sowohl planerisch wie auch in Personalangelegenheiten im Aufbau der Abteilung. Das Interessante an unserer Aufgabe ist der Umgang mit Technik und Fahrgestellung im Bereich der Demontage, im Bereich der Materialbehandlung, aber auch im Bereich der Logistik. Das ist Kernbremstofffreiheit, da muss man mal schauen. Ich freue mich auf die Zeit nach Abschaltung des KKM, weil wir das, was wir derzeit planen und vorbereiten, dann endlich operativ umsetzen können. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.